bismillahirrahmanirrahim ich habe gestern eine wirklich sehr sehr schöne nachricht bekommen die ich unbedingt mit euch teilen möchte ihr erinnert euch vielleicht ich habe mitte januar ungefähr ein video hochgeladen als ich vom termin raus kam wo es um eine schwester ging die die scheidung gefordert hat von ihrem ex-mann der sie verlassen hatte und sich nicht um sie gesorgt hat und er wollte ihr die scheidung nicht geben hat sie in der luft hängen lassen ihr erinnert euch vielleicht an das video und gestern kam alhamdulillah endlich diese wunderschöne nachricht dass sie die scheidung jetzt bekommen hat auch ohne ohne das einverständnis von ihrem ex-mann das heißt er war bis zum ende nicht einverstanden damit aber wie wir gesagt haben der islam lässt die frau nicht alleine wir müssen nur die wirklichkeit finden dass wir der frau die erleichterung bringen die sie benötigt und gestern hat ein religiöser richter die scheidung ausgesprochen das heißt sie ist jetzt damit offiziell vor gott geschieden und es war wirklich ein sehr sehr schönes gefühl zu wissen dass man eine frau helfen konnte die jetzt drei jahre lang gefangen war in einer ehe mit mit psychischer erpressung mit emotionaler erpressung der frau gibt mir dies und jenes erst dann kriegst du die scheidung und es war einfach nur unrecht was der ex-mann haben wollte und wie er mit ihr umgegangen ist und dass man jetzt weiß okay und das soll auch wirklich ein zeichen sein an alle frauen die da draußen genau das gleiche problem haben es gibt die möglichkeit ja es gab viele umwege man hat lange gebraucht bis das endlich angelaufen ist wir mussten tatsächlich auch aus deutschland raus und das auch in einem anderen land sage ich mal lösen aber es gibt die möglichkeit und wir versuchen das gerade jetzt auch hier in deutschland zu machen dass man hier wenigstens eine anlaufstelle gründet für frauen die diese probleme haben die in der ehe gefangen sind wo der mann sie nicht scheiden lassen möchte und sich nicht um sie sorgt und sie verlassen hat aber sie einfach nur unterdrücken möchte sie einfach nur kränken möchte sie einfach nur emotional erpressen möchte mit den kindern oder mit anderen sachen und ihr deshalb nicht die scheidung gibt es gibt die möglichkeit da raus zu kommen und alhamdulillah hat es gestern wieder eine schwester geschafft das hat mich unfassbar glücklich gemacht als ich diese nachricht gelesen habe und das wollte ich unbedingt mit euch teilen deswegen bitte habt geduld auch an alle schwestern die jetzt draußen da sind und dieses problem haben habt geduld wir sind gerade dabei das ganze wirklich auch für deutschland zu etablieren dass es schneller funktioniert dass man nicht unbedingt immer so lange warten muss ein paar monate dass man das ganze auch hier in deutschland vor ort klären kann und dass die frau dann letztendlich auch gerechtigkeit widerfährt und dass der mann nicht denkt er kann machen was er will sondern dass es durchaus möglichkeiten gibt wo er einfach mal machtlos ist und wenn er die ungerechtigkeit etablieren möchte dass da leute sind die sagen stopp hier und nicht weiter du kannst dich machen was du willst das ist ein menschliches wesen deine ex frau ist ein menschliches wesen die genauso ihre rechte und gefühle hat die genauso ein recht haut hat ihr leben zu starten so wie du jetzt gegangen bist einfach so und sie verlassen hast ohne sie zu scheiden aber eine neue frau geheiratet hast kinder gezeugt hast auch sie hat ein recht auf ein leben mit einem mann der sie liebt und schätzt und dass sie von den kinder bekommt deswegen habt inshallah geduld was salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh so so Untertitelung des ZDF, 2020